Seite, die kommt da hin, 1, 2 und ein Electronic Circuit, zack, 2, 1, 2, zack, so, jetzt brauche ich die 3, das Ding, das Ding und da, nein, es ist kein Reinforced Stone, die noch dabei, gut. Zack, 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 super, duper, und ich habe meinen Replicator, so, Schrott, weg, weg mit dem Schrott, den ich im Moment nicht gehe, brauchen kann, und zwar alles, alles, was ich im Moment nicht gebrauchen kann, das Kupferkabel könnte ich jetzt gebrauchen, ich bin mir noch nicht sicher, und, davon habe ich schon wieder was, schön, alles rein, es kommt weg, so, jetzt, einmal abbauen, oder, erst mal gucken, ob da noch was drin ist, nein, okay, das arbeitet noch, das ist fertig, schön, ist auch nichts mehr drin, jetzt zumindest nichts mehr, nichts mehr, so, ich glaube, die Leiste werde ich behalten, nein, nein, werde ich nicht, ach ja, was ich euch zeigen wollte, hier möchte ich eine Terrasse hinbauen, oder, hier, was schönes, so, aber, davon sind wir gerade, meilenweit entfernt, ah, wirklich, meilenweit, so, ach, das habe ich ausgemacht, gut, die kann ich ja schon mal abbauen, kann ich gar nicht, ich brauche meinen, nein, das habe ich nur gemacht, so, zack, ich bin so inkompetent, man glaubt es kaum, so, 1, 2, 2, schön, electric furnace, nichts mehr drin, super, 3, extractor ist auch nichts mehr drin, fertig, so, habe ich natürlich wieder nichts mehr, ne, ist ja irgendwie klar, muss ja so sein, kann ja nicht einfach anders sein, operator, compressor, so, jetzt wird es kritisch, erst mal alles rausholen, und jetzt das Ding abbauen, so, was habe ich rausbekommen, gut, schön, Scanner, Termalzentrifüge, super, das hat ja schon mal alles geklappt, so, na, komm, 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 gibt es mir, genau, super, komm, ich möchte alles einsammeln, so, jetzt die große Frage, wir machen es stattdessen, denn diese Taktik hier ist einfach zu scheiße, alles schön sollte mal was essen, so, ich möchte ja auch noch irgendwie was dazu bauen, hier, das geht nicht, hier ist ein Loch, das ist nicht sehr schön, was ist, wenn ich den Shunkloader abbaue, als erstes, als erstes, einmal das Ding hier zumachen, so, dann haben wir hier eine Dauerversorgung an Strom, ja, hier unten, weil hier über uns passt dann alles hin, genau, dann machen wir hier unten so Sachen, die wir nicht brauchen, die wir seltenst brauchen, wie zum Beispiel, ah, komm, der Mars Fabricator wird dann hier unten hingebaut, zack, so, der bekommt dann von oben über die guten Pipes Strom, so, da brauchen wir dann aber auch, was habe ich jetzt dahingestellt, eine Canning Maschine, natürlich, ich möchte aber den Mars Fabricator dahin stellen, zack, so, rein mit euch, so, natürlich kommt auch noch der Schalter an die Seite, nein, so, so, was kommt daneben, Scanner, Scanner, die Frage ist, Scanner, ja, so, daneben kommt eine Thermalzentrifuge, das sind alles die Sachen, die richtig viel Energie brauchen, ach ja, Replicator braucht noch mehr Energie, würde ich sagen, also, uah, wackel, 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 Replicator, so, so, nein, stopp, stopp, der Replicator, der braucht, ähm, ich würde, nein, 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 hier würde ich die Sachen hinbauen, die, Strom, doch, nein, doch, nein, nein, doch, nein, nein, doch, ich habe keine Ahnung, verdammt, so, hin mit dir, ach, ich Idiot, kann ich ja gar nicht dahin stellen, sowas kann ich denn noch dahin stellen, was ich nicht so viel brauche, ja, halt den Scanner, ne, nur den Scanner, gut, den Replicator, den, den Shunkloader, den baue ich erstmal ein, bitte, bleib ein Shunkloader, so, Shunkloader, du kommst hier unten rein, drei Blocks, eigentlich kannst du auch nur zwei Blocks machen, ist mir egal, so, Fackel, du kommst auch mal weg, du gehst nach vorne, so, ähm, Replicator, braucht er noch so eine Art Scanneraufsatz, das weiß ich, du kommst hier hin, zack, so, die können alle von oben befeuert werden, das ist die, die Idee, die Idee des Ganzen, finde ich, so, die sollen alle von oben befeuert werden, von diesen, paar Sachen hier, ach, natürlich, da, hast du noch was zum schneller werden, kann ich da nicht rein, wär auch zu schön gewesen, so, dann, das hier abbauen, und, und, das, ach, ne, hallo, ich möchte hier raus, ich bin ein Star, ich möchte hier raus, so, super, ähm, ja, gut, die Badbox, die kann ich ja auch einfach abbauen, nein, es war überhaupt kein Fehler, das zu machen, hm, so, hier vorne kommen dann natürlich, die üblichen Sachen hin, die Frage ist, wo speichere ich die ganze Energie, also, Badbox, bleibst du hier, ja, okay, dann war das ein Fehler von mir, natürlich, du kommst hier, das ist der Output, das ist ein zu weit vorne, so, hm, einmal kurz, ja, natürlich, so, so, Badbox, du kommst da hin, schön, hier könnten wir dann alle Sachen zusammenschließen, denn, mit Kupferkabeln, denn da kommen ja mehr als 32 EU per Tick raus, wenn, dass die ganze übersteht, so, so, jetzt,